Ich bin Dominik Röber und da geht es dir morgen hoch mit Wettkampftempo. Hallo, ich bin Michael Aschenbrenner. Ich denke mal, ich werde morgen die Helferrolle inne haben. Mein Name ist Sebastian Streik. Für mich könnte der Berg noch ein bisschen länger sein. Ich bin der Jonathan, der Jonathan Linkler. Ich habe jetzt länger darauf verzichtet auf Ergebnis zu fahren, aber morgen habe ich richtig Bock und bin super motiviert. Ich bin der Markus Wille und ich denke, ich werde morgen probieren, die Berge sehr gut hochzufahren. Ich bin der Immanuel Stark und möchte einfach fürs Team morgen alles geben, wie immer. Und dann gucken wir mal, was morgen rauskommt. Wenn es geht, würde ich unter den Namen Weizleben melden. Aber Philipp, bitte. Viele verwechseln mich ja mit Max. Hallo, ich bin Philipp und ich fahre morgen Bundesliga. Und was ich besonders gut kann, ist regissierte Texte einsprechen. Okay, ich leite mich selber ein. Ja, wie man sieht, habe ich nicht mehr das Sprinttrikot. Tranquilo, ich weiß, wie gut Jonas Rutsch ist. Tranquilo, ich weiß gar nicht, was Tranquilo nach der Hälfte vom Bundesliga-Rennen zu suchen hat, wenn man sich morgens eine Nummer rangemacht hat, wenn man hergefahren ist. Jedenfalls war bei Hermanns Tranquilo und bei Lotto Kernos Tranquilo. Die habe ich dann nicht alleine in Schach gehalten. Und so ist es wirklich schwierig, Rad reinzufahren. Und vor allem, wenn sie nur ein bisschen Stuhl essen. Ende der Zusammenfassung. Was geht denn heute? Erstmal geht gar nichts, bevor ich keinen guten Kaffee getrunken habe. Da bin ich jetzt gerade auf der Suche. Und da wir hier nicht in der Nähe von der Stadt sind, wird es jetzt wohl so ein Hotel hier werden, von der Rennstrecke. Was wiederum den Preis sehr in die Höhe treibt. Ich habe jetzt gehört, angeblich 2,70 für ein Espresso. Aber ja, das muss jetzt auch mal sein. Denn wir wollen ja mit guter Laune am Start stehen. Dann gehe ich gut gelaunt mit meiner Mannschaft zur Einschreibung, Teampräsentation. Dann gehen wir direkt an den Start. Und dann haben wir heute schon einen schönen Plan, was wir machen. Dann wird richtig Radrennen gefahren. Auf einer geilen Runde, schweren Runde. Mit viel Geschwindigkeit habe ich gehört in der Abfahrt. Ich habe immer gute Laune. Scheiße, ey. Klar. Für dich jetzt Sprunter heute den Rekord holen an der Abfahrt? Ja, die ersten 100 Meter Sprunter doch. Ja, genau. Ja, dann haben wir natürlich die schöne Abfahrt. Und dann breite Zielgeraden. Ich würde jetzt hier nichts ausschließen heute. Ja, Kurs bin ich noch nie gefahren. Ich habe ein paar Videos von Philipp angeguckt. Ja, breite Straße, nicht viel Thermik, was Feldfahren angeht. Aber ansonsten, der Berg ist schon anspruchsvoll. Also auf jeden Fall das letzte Stück, die letzten 500 Meter. Die werden schon wehtun. Unser Teamkollege Jonathan Dinkler ist ja immer auf der Suche nach Siebträger-Kaffeemaschinen, weil er Filterkaffee und alle anderen Sachen generell nicht trinkt. Und deswegen ist er der Reiseleiter der Reisegruppe Siebträger und hat für uns heute ein neues Ziel vorbereitet. Unweit von hier. Und da werden wir uns jetzt hinbegeben und versuchen, dass die Kopfschmerzen weggehen. Weil sich inzwischen schon eine leichte Sucht gebildet hat. Die Frage ist nur, ob mein Handy jetzt noch mit oder nicht. Zweifel ja. Vielleicht könnt ihr es dann in die Kommentare und das Video schreiben und dann weiß ich nachher, was ich hätte tun sollen. Wir müssen in einer halben Stunde schon bei der Teamvorstellung sein und wenn dann noch die Siebträgerangelegenheit dazwischen kommt und wir uns einen ganz gemütlichen Kaffee reinziehen, dann wird da nicht mehr viel Zeit bleiben, nochmal zum Bus zu kommen. Und der Kurs mit dem Rad? Du kennst ihn ja nur aus dem Auto. Ja, ähm... Besondere Erfahrung? Ich lernte ihn kurz kennen mit dem Rad. Einmalig. Und er ist auf jeden Fall härter als mit dem Auto. Aber hart ist ja cool. Insofern wird es, glaube ich, schon ein schönes Rennen. Ist auch nicht zu lang. Kann man gleich durchstarten. Muss nicht zu viel taktisch vorgehen. Ich glaube, dass die Strecke perfekt geeignet ist für schöne Radrennen eigentlich. Das ist meine Idee. Das Trikot verteidigen. Der Tagessieg wäre jetzt zu viel Risiko. Ich versuche vor allem das Trikot zu verteidigen und vielleicht sogar noch ein paar Punkte rauszuholen. Aber konstruieren mich erstmal nicht, ob ich den Tagessieg. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ja, toll! Und du gehörst also nicht zur Reisegruppe Siebträger? Nee, zur Reisegruppe Siebträger. Das spare ich mir. Aber wie sind deine Ambitionen heute hier auf einem durchaus schweren Kurs? Guter Kurs. Und dann gucken wir mal, was wir machen, ne? Vollgas. So, hat die Werkübersetzung auch gebraucht? Naja, 30. 39. 30. Sollte gehen. Für mich zu wenig, aber im ersten Gang in dem Auto komme ich hoch. Das schaffe ich. Das ist jetzt die Erfüllung des Lebens. Das wird ein richtig guter Tag. Ja! Ja! Kommt bitte. Eine ist besser. Mal klar, du bitte. Drei. Drei. Vier. Jetzt ist der Luft. Gleich heavy, wenn der KB da ist. Der kann losgehen. Die größten Angreifer, das werden wir dann sehen, wer heute angreift. Denn ich denke, die Taktik von Lotto wird sich auch darauf beschränken, vor allem auf mich zu achten. Was ja auch logisch ist. Es fällt mir schwer, das vorher zu sagen. Also, ich bin genauso gespannt. Und die haben in diesem Jahr richtig abgeräumt, nämlich mit Jonathan Dinkler heute am Start, dann haben wir Robert Jägela dabei, Fabian Käßmann mit der 61, Sebastian Stark, die 62. Dann mit dabei Dominik Rüber mit der 68, Michelle Aschenbrenner mit der 69 und dann noch zwei Fahrer, die haben es hier auch schon richtig krachen lassen bei der Radbundesliga, nämlich mit Emanuel Stark. Das ist der Sieger von Langen-Weißbach bei Zwickau, der also hier unterwegs ist und dann auch Philipp Walzleben, meine Damen und Herren. Vor wenigen Tagen noch Sieger, ich muss immer aufpassen, dass ich das richtig ausspreche, der Baltica Konoschke Tour. Unter zehn Kilometer. Da müssen wirklich Flaschen reichen. Naja, du kennst das Profil der Strecke. Spür mal die Luftfeuchtigkeit und die Wärme, die brauchen solche Flaschen. Und aufgrund des Profils haben wir es heute alle auch nur mit einer Flasche losgeschickt. Dann können sie nämlich bei mir schön bekommen. Wenn die hier hochkommen, dann kriegen die ihre Verpflegung. Das ist auf jeden Fall schon mal da. Und vor allen Dingen sehr individuell haben sie sich wieder in Flaschen gemacht. SST. IST. Müsst du wissen, was das bedeutet, ne? Ich weiß das. Das sind Insider-Tipps. Diejenigen, die zum ersten Mal hier sind, wie gesagt, der Nürburgring ist ja, hat ja große Radsportgeschichte geschrieben. Direkt nach der Öffnung 1928 die erste Rad-Weltmeisterschaft hier mit Alfredo Binder aus Italien, der hier Profi-Weltmeister wurde. Dann die zweite WM 1966 mit Rudi Altich im Profibereich. Und dann zuletzt 1978 dort holte sich aus den Niederlanden Gary Kletemann den Titel des Weltmeisters hier auf dieser Strecke. Wie ist der erste Eindruck von dir, Lars? Naja, so im Auto ist das schon geil. Macht das schon Spaß. Und jetzt geht's in den Anstieg rein. Wir fahren hier gerade so zwischen 15 und 17 kmh. Einige sind schon richtig am Nicken. Fünfmal hier hoch, also das wird nicht leicht für die Jungs. Naja, wir wollen möglichst versuchen, dass wir jetzt nicht am Ende mit Hupperts und Hutsch von Lotto Kernhaus auf die Zielgerade fahren und die dort die dicken Punkte holen und damit das Trikot übernehmen können. Sondern wir wollen schon gucken, dass eine Gruppe hier geht, wo die vielleicht eventuell nicht mitfahren können und dass die dicken Punkte vorne weg sind. Oder sogar, weil sie dann in einem entscheidenden Augenblick selber agieren kann. Und ja, müssen wir mal sehen. Also wenn wir jetzt das erste Mal hier hochgefahren sind, bis jetzt sieht es sehr kontrolliert aus. Also das macht jetzt hier noch keiner irgendwie wilde Sau, weil es halt auch jeder was auf einen zukommt. Aber das ist so die Richtung. Das Hauptziel ist die dicken Punkte weg, dass wir das Trikot noch bei uns haben. Weil wenn es zum reinen Sprint kommt aus einer kleinen Gruppe, dann ist es für Walzer einfach schwierig gegen einen Rutsch. Ich fahre jetzt den Garantula-Karotell. Ich fahre jetzt die Dich. Ich fahre jetzt den Garantula-Karotell. Ich mache dich jetzt den Garantula-Karotell dann die Wasser zur großen Seite. Alles geht mit dem Garantula-Karotell. Naja, Jetzt ist ein Verweis an Podium zum Buche, Emanuel Stark, dreiköpfige Spitzengruppe. Wir haben eine dreiköpfige Spitzengruppe mit der Startnummer 24, Tobias Knaub, Team Lotto-Kernhaus, Startnummer 68, das ist Dominic Röberg, B&S Team Thüringen. Naja, es ist noch immer sehr abwartend. Also die üblichen verdächtigen Teams tasten sich so ein bisschen ab, schicken immer mal jemanden in die Gruppe, die nie größer als zwei bis vier Mann ist und gucken, was dann passiert. Wir hatten jetzt jedes Mal jemanden dabei oder bin jetzt jüngst durch den Dominic Röberg selber ins Leben gerufen, so eine Spitzengruppe. Jetzt müssen wir sehen, wie es sich weiterentwickelt. Also es ist meiner Begriffe noch verhaltene Fahrweise, weil es zieht sich nicht richtig auseinander. Es gibt vereinzelte Fahrer, die hinten raus platzen, aber noch nichts Wildes. Es gibt noch nicht so richtig den Bruch im Feld. Jetzt werden wir sehen, jetzt kommen wir gleich zu der Steinenstelle und gucken, was oben am Bogen dann ist es. Dann machen wir einen Klimaarblick. Es ist zu langsam, oder? Ja, ja, ist zu langsam. Gut. Also ich sage Ihnen jetzt, dass wir es mal mehr machen sollen, ja? Ja, ja. Die Langenberg aber, die Welle lohnt sich nicht. Nee, nur an dem Langenberg. Interessant war zu sehen, dass es halt von Ropsi kommt. Er ist nun mal einer von den Sprintern. Das heißt, wenn er selber das als zu langsam empfindet, dann ist es auch wirklich so, ne? Und für ihn wäre es ja eher geschmeidig, wenn es nicht schneller wird. Also daran sieht man schon, wir haben einen Plan, den wollen wir auch verfolgen und auch er will dafür was tun. Also das ist gut so, gefällt mir. Aber hier vorne geht es jetzt direkt schon weiter. Wir müssen jetzt mal, ob sie uns richtig unten reinballern. Das muss jetzt losgehen. Ein kontrollierter Anschlag, weil die fahren immer nur am Ende richtig. Aber das reicht halt nicht. Ihr müsst von unten bis oben. Machen wir jetzt. Ich nimmt die Ausweiter hier um einen Ausweiter zu versuchen. Ich nehme die Gleichwertung, wie ist die Gleichwertung der Kranzabe, die wir heute. Aber bleibt schön drinnen, Ropsi? Hinter Dir kommen auch noch ein paar, also kann man hier schön zu Ende fahren. Jetzt geht es mal richtig zur Sache her. So, wir haben jetzt das Feld aufgeteilt in zwei größere Gruppen und die erste Gruppe etwa 50 Fahrer. Die fahren jetzt vorn. Warum haben wir jetzt eingehalten? Das ist die alles umhobene und immer wieder genannte Barrage. Das heißt, man möchte natürlich nicht den abgehängten Fahrern die Möglichkeit geben, wieder hinzukommen, sondern schon aus eigener Kraft das zu schaffen. Und solange da so 30 Sekunden dazwischen liegen, kann man das schaffen. Und man schafft das erst recht, wenn die Autos dazwischen sind. Also von daher nimmt man die Autos raus, dass es auch ein fairer Wettbewerb bleibt. Und dann ist das sauber. Sobald der Abstand wieder größer ist, dürfen wir wieder vorbeifahren. Ja, wie du schon sagtest, vierte Runde, vierte Mal den bösen Berg hoch. Wir haben jetzt die Runde davor, wie besprochen, mal ein bisschen das Tempo angezogen. Das hat zur Folge gehabt, dass alles richtig in die Luft geflogen ist. Jetzt sind wir hier mit circa 35, 40 Mann in der Spitzengruppe. Von unseren Jungs noch sechs Mann dabei, was erstmal super ist. Jetzt hat sich vorne gerade eine sechs Mann Gruppe gelöst mit Emanuel und Jonathan. Aber vielleicht wollen wir mal gucken. Wenn jetzt wieder so aggressiv hier hochgefahren wird, dann wird das noch sehr spannend. Also ich erhoffe mir das, dass es noch ein bisschen schwerer wird. Dass wir nicht mit zu vielen auf die Ziegeln kommen. Wir haben hier eine komplette 47 Spitzengruppe jetzt bekommen. Wir sind jetzt an der Audi Sportbrücke. Wie gesagt, vorne sehen Sie jetzt die Ausreißer, die allerdings nur noch geringen Zeit versprungen haben. Also das ist sehr gut so im Moment, ne? Entschuldigung, wir sind jetzt. Ja, ja, ja. Wieso? Wir haben jetzt zwölf Mann Spitzengruppe dabei, der Jonathan Dinkler und der Emanuel Stark von uns. Das heißt, wir sind das einzige Team, was zwei Mann dabei hat. Für die Teamwertung natürlich unwahrscheinlich interessant. Und hier hinten sind wir noch sehr gut vertreten mit Kesi, Dominik und Walze sowie auch Sebastian Stark. Ungefähr eine 30-Mann-Gruppe. Und ja, sind sich nicht so richtig einig, was sollen wir machen. Wir haben es gehört, zwölf Mann. Und der Abstand geht auf. Hier hinten ist jetzt so ein bisschen sich anschauen. Jetzt fährt nochmal Marcel Meisen los. Direkt hinterher der Philipp Walze. Walze. Wenn du mal kurz die Kamera nach vorne... Zwei Gewinzen. Siehst du das? Das macht Spaß. Ja, schönes Radrennen, sehr spannend und für uns jetzt erstmal sehr gut. Also, es gibt jetzt erstmal nichts zu meckern. Wir gehen dann jetzt gleich in die letzte Runde. Die letzte Runde wird jetzt eingeläutet. Wir haben an der Spitze Einfahrer alleine die Startnummer 64. Da hinten eine 10-köpfige Verfolgergruppe. Und dann, wie es schlecht war. Wir sind hier aus dem Sattel. Wer gewinnt auf den Innenstädtern. Schiss zur Ziehlinie. Wir gehen auf der Grundreise durch. Wir müssen noch Positionen zu verzeigen. Und auch hier wird uns noch gut zu finden. 2018. Ja, gut, der Sprint war richtig. Ja, ich habe halblange gewartet, glaube ich. Ja, klar. Ist noch was geworden am Ende? Unruhe wird fünfter. Was? Ist er gegen dich, ja? Ja, ich hab's probiert. Ist der Gegenteil stehen geblieben, ne? Was willst du da anders machen als was stark? Ganz stark. Ja, kannst du noch probieren, ne? Wir werden hier noch einen Platz vonziehen. Du bist doch unter uns mit dran. Ja, klar. Dann werden wir uns erstmal... Wie viel war mit? Was? Ist mir auch besser gegangen. Na, gut. Das kann ich. Wir haben alles probiert, denke ich. Na, es wird nicht versucht, es fährt zu machen. Die ist so einfach zu stark gewesen. Oder um es mit los zu sagen. Wir sind fein. Wir haben wirklich alles probiert. Hä? Aber haben sie sich wieder eingeholt? An welcher Stelle? Weiß gar nicht. Zwei verzieher oder anderthalb verzieher. An der letzten Welle. Ja, genau. Aber im Gegenwind zieht sich das halt. Ja, scheiße. Wir waren den langen Berg immer so schnell. Wo bist du weggefahren? Am langen Berg auch? Ja. Kurz nach dem langen Berg. In der Abfahrt. Aber... Also in der Abfahrt hätten wir doch gerissen. Ich hab halt geöffnet, dass die anderen ein bisschen taktieren oder so. Dass sie sich nicht einig sind, aber die waren sich relativ einig. So gut man das halt in seiner 10er Gruppe dann noch ist. Na ja. Aber was willst du sonst machen? Ja, ich bin kein Sprinter. Ich bin kein Sprinter, genau. Ich bin kein Sprinter. Okay, ich meine, ich bin kein Sprinter. Ich bin kein Sprinter. Vielleicht wenn man keiner spart. Aber... Okay. Alles gegeben. Ja, du hast gesagt. Viel richtig gemacht. Und Emanuel hatte ein bisschen Pech. Oder sagen wir mal, die anderen waren ein bisschen stärker. Den holen sie kurz vorm Ziel ein. Und wird dann aber aus der 10-Mann-Gruppe noch Fünfter. Was schon sehr stark ist. Also der Name macht wieder aller Ehren. Und ein bisschen unglücklich. Walze verliert so ein bisschen Punkte. Er konnte jetzt nicht direkt bei Rutsch am Rad bleiben. Rutsch wird 29. Er wird 26. Und Walze wird 39. Sind ein paar Punkte. Aber ist jetzt immer noch vorne mit 8 Punkten Vorsprung. Also Trikot verteidigt. Alle Ziele erstmal so erreicht. Außer, dass wir leider wieder nicht ein Rennen gewonnen haben. Aber das müssen wir jetzt erstmal verschmerzen. Wir hatten ja dann kurz gesprochen. Und in der dritten Runde den Berg hoch sind eine Runde lang bis dahin Asche und Robsi richtig gefahren wie Männer. Haben dann sofort die Spitzengruppe eingeholt. Noch richtig die Jungs in den Berg reingebracht. Und dann gab es halt den richtigen Cut. Also da begann das Rennen. Und alles was darauf folgte. Ja, das war die Sache, die wichtig war. Dass wir da einfach mal ganz aggressiv reinfahren. Und nicht warten, bis das andere machen. Das war sehr stark. Das war auch super. Und so war es besprochen. Und so haben sie es durchgezogen. Und von daher Hut ab. Der nächste Termin ist der 12. August. Die Sauerland-Rundfahrt. Auch schwer mit der ersten kleinen Mini-Bergankunft am Ende. Also ehrliche Sache. Und ja, schauen wir mal. Dann gibt es wieder eine Chance. Wuhuuuh. Wuhuuu. 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 Wuhuhu. Wuhuuu. 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 Bis zum nächsten Mal.